Hi, ich bin Dr. House. Seit wann sind Sie Psychopathin? Ist das ein Scherz? Ist es nicht. Vergleichen Sie mich mit Ted Bundy? Psychopathie hat nicht den besten Ruf. Das heißt nicht, dass der Betroffene gewalttätig ist, sondern nur gewissenlos und zu keinem normalen Emotionen fähig, alle Mitmenschen manipuliert, rumhurt und krankhaft lügt. Na, klingelt da was bei Ihnen? Tut mir leid, aber Sie schockieren mich wirklich. Ich weiß nicht, wovon Sie... Keine Panik. Wir unterliegen der Schmeigepflicht und Sie haben ein diagnostiziertes Herzproblem, das ich jeden Moment umbringen kann. Was wollen Sie wissen? Ihr Kollege hat die Wahrheit gesagt, nicht wahr? Sie haben ihn vergiftet. Nein. Ich gab ihm Novalium und ein Brechmittel. Und Sie wissen, was das Wort Nein bedeutet?